so okay alles vorbereitet für gleich ein geiles pränk für telefon liegt auch schon bereit kann man was aufwärtig ein bisschen blendet mich die sonne aber ich hab das schon der schutz runter gemacht also alles perfekt wo auch noch nicht sagen wir können auch direkt anfangen meine frisur sitzt auf ja das kann man einfach bis auf ein neues video ja leute heute wollen wir den lieben tempo hängen leute ja ich weiß viele es gab lang keine pränkse naja viele pränkse ne leute es gab wirklich lange keine pränkse ich habe nur so gedacht okay leute kommt müssen wir noch mal den tempo hängen aber leute ihr wenn ihr so ein kleines schon hinter gott hat und ich habe noch meine ps hier an ich habe das jetzt schon so auf tv modus ihr könnt deshalb schon wenn ihr youtube oder so gucken muss ja so tv muss ich bin jetzt auch nix drauf youtube oder sky oder netflix oder so aber ich hab das halt nur so angemacht dass man nicht das ganze ps hier dass der sound dort und ja leute ich habe ein telefon schon bereit das ist gleich den lieben tipp anrufen werde ich würde das auch lieber mal anrufen ja 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 also ja ich muss stopp 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 was denn auf dein kanal geguckt wieso soll ich auf meinen kanal gucken ja guck doch mal auf deine abozahl hä haben die mich die abonniert nein das im gegenteil du hast mehr bekommt nur 60 abos hä als ob wirklich ja leute ja ich weiß ich wollte ich eigentlich eigentlich gerade pranken aber ja lol das habe ich ja gar nicht geguckt nein spaß leute ich wollte natürlich den lieben tim frank leute wir haben das schon so alles abgesprochen leute danke ich wollte mich bedanken für meine 60 abonnenten leute echt gras so schnell schon 60 abonnenten ja ich war glaube ich doch vorgestern 58 jahr oder ne vorgestern war glaube ich 55 oder sowas und dann auf einmal habe ich so am nächsten tag so geguckt oh 60 abonnenten what the fuck wie das ja und ja deswegen habe ich auch für den lieben tim hier für den festnetz bereit leute der tim kann auch noch kurz was sagen leute tim wollten uns pranken ja leute ja das machen wir leute vielleicht mal abo zocken machen wo ihr vielleicht auch rein joinen könnt richtig richtig leute also schreibt mir genau jetzt in die kommentare leute wie euer fortnite name ist wenn ihr es wollt wenn ihr mehr mit uns spielen wollt also tim hat leider kein fortnite wenn er fortnite spielen darf er ist gut aber er darf leider noch nicht deswegen aber leute der tim wird am telefon sein ganze zeit leute also schreibt mir eure fortnite name in die kommentare leute kann ich euch enden ihr nehmt meine anfrage an ich heiße jan minus ma 421 ja alles klein geschrieben jan minus ma auch alles klein geschrieben ja 421 ist klar kann man nicht klein schreiben ist ganz normale zahl ja aber jan minus ma 421 heißt ich ihr könnt mich gern enden ja hier auch noch mal eingeblendet jan minus ma 421 und ja schreibt mir ja warte kurz schreibt mir in die kommentare eure fortnite damen da kann ich euch enden ja kennst du ja kenn ich grüßen wir auch noch mal ja leute richtig grüßen wir auch noch mal ganz herzlich ja ich frage die beschreibung wenn es geht ja ja ich weiß wieder geschrieben wird ja ich weiß ich weiß ich weiß ja leute aber der tipp kann noch mal ganz bestätigen wollten wir uns pranken nein eben leute aber es kann doch noch mal ein prank nochmal geben ja so ja ich hatte eigentlich immer keinen geilen bock da für leute aber es könnte ein prank nochmal geben ja ich habe einen richtigen frank vor lager den ich mafelle nicht sagen werde ja das ist klar da kannst du dir auf jeden fall nochmal was abgucken aber ich glaube der wird erst nächstes jahr sein kann der zimmer entscheiden machen ja ja leute ja wie gesagt falls ihr dann ja erstmal danke leute ja wenn er 65 abonnenten hat kriegt er eine überraschung und ja freu mich schon dass mein freund ja mein bruder mir geschenkt ja ja leute also ich muss euch mal was sagen also ja wie ihr klicks gemacht habt mit eurem arsch ne das ist halt so ein spruch ja aber wir wollen euch an wirklich bedanken weil leute es das ist halt echt geil ja wie schnell ihr einfach 60 abonnenten aus und ja ich hatte 2017 war das glaube ich wo ich mit meinem kanal angefangen habe ich habe schon mal meine mutter gefragt die weiß es aber nicht mehr aber ich glaube mit fünf oder sechs jahren leute habe ich youtube angefangen und ohne scheiß ihr wird jetzt euch jetzt wahrscheinlich zu hause kaputt lachen ja wenn ihr das video seht aber ohne scheiß ich habe mich für ein abonnent gefreut leute ich komme gerade wegen meiner mutter hat das gesagt ich habe so gesagt ja super ein abonnent habe ich schon mal ja aber ich kann mich auch nicht mehr daran richtig erinnern ja habe mir aber meine mutter gesagt dass ich mich bei einem abonnent so oh mein gott ja mama ich habe einen abonnent und ich habe mir doch so gedacht dabei als ob ich mich mit einem abonnent zufrieden gegeben wäre und ich habe mir nur so gedacht ja okay ich war da noch klein ne so ich habe noch nicht gewusst was ein abonnent ist ja ein abonnent ist luft ja aber naja leute ein abonnent ist weniger ist besser als keine ja sag ich mal so jetzt ja und jetzt habe ich einfach sechs abonnenten also krass ja echt krass dem willst du noch etwas sagen ich weiß ich habe mein account ja leute und sorry also wenn man den team ich hoffe den kam jetzt ein bisschen verstimmigen ich telefoniere wie gesagt gerade über telefon und ja weil wir wollten fragen ob er zu mir da wir haben schon 15 53 und die mutter ist gerade weg und von tim und deswegen kann er leider heute nicht zu mir sonst hätte ich mit dem hier ein video gemacht aber leute ich hoffe man kann ihn verstehen was ich am rande noch erwähnen wollte ist vielleicht haben wir heute kfc und dann wird mal ein schickes video bekommen leute über kfc ich hoffe wenn ich euch jetzt hunger darauf machen aber ist halt so auch hunger auf kfc auf mcdonald ist überall das irgendwie so was haben wir gerade obwohl ich eben schon einen joghurt gegessen aber ich habe auch immer noch mal stelle dir mal vor so ein richtig schicken ding mit so richtig saftigem geschmack im mund ja junge ich lege gleich auf keinen spaß ja leute stell dir mal vor einfach so ein schicken ding mit so richtig saftigem cola geschmack alter so richtig mhm Leute das wäre schon was schmeckt doch lecker das wäre schon echt was ja leute aber auf jeden fall wir wollen jetzt nicht über kfc hier reden ja ich habe richtig hunger wir wollen jetzt nicht über kfc hier reden so Leute ich danke euch noch mal herzlichen dank für die 60 abonnenten und die leute hier steht auch noch was hier schreibe ich noch was hin leute also bäh jetzt wird eingeblendet leute für euch dankeschön ich will auch noch was in die beschreibung packen leute für euch was zu lesen leute also ich schreibe da was netzes rein und ihr könnt es lesen wenn ihr wollt hier ist auch noch mal steht steht auch noch mal was netzes leute und ja vielen dank für die 60 abonnenten leute ich habe so gedacht wo ich 5 oder 6 war das weiß ich noch ganz genau habe ich nur so gedacht ich werde niemals über 100 abonnenten kriegen ja ich habe jetzt auch noch ein paar keine aber ich bin knapp dran leute 100 abonnenten ich habe schon 60 abonnenten ja aber ich habe schon gedacht so ich werde mindestens 20 abonnenten kriegen mehr glaube ich nicht wenn ich bin ja ich bin noch klein ja aber ich bin leute ich bin 10 ja und habe 60 abonnenten leute ich weiß nicht leute wer hat wer hat mehr abonnenten leute und er ist auch 10 oder 11 jahre schreibt es in die kommentare so der tim ist leute der tim kann auch mal etwas dazu sagen was denn ja du bist wie viel wie alt bist du 11 richtig 11 leute und wie viele abonnenten hast du auf deinem mcs hd kanal 70 leute er hat ein bisschen mehr aber das ist auch gar nicht schlimm wir machen uns nicht so ja also wir geben uns jetzt nicht wir streiten uns jetzt nicht gegenseitig um die abonnenten ja ganz ehrlich aber bitte jetzt nicht alle deabonnieren mir geht es schon um die abonnenten aber also ich kann es so sagen mittelabonnenten mittel spaß haben das heißt mir geht es um die abonnenten aber auch um die spaßheit ja also mir geht es um beides also ich sage nur 100% abonnenten 100% spaß haben ja also mir geht es um die abonnenten und um spaß haben wenn ich jetzt keinen spaß hätte aber trotzdem abonnenten hätte ich nicht so viele videos gemacht aber mir ging es dann um die abonnenten aber mir ging es einfach um beides mir macht spaß ich mache jetzt auch wieder so ein video leute sowieso ja warte kurz sowieso weil leute ich muss mich einfach mal bedanken ja ich habe mich für 50 abonnenten für 40 für 30 für 20 für 10 für ein abonnenten ich nicht gedankt ja also für die ganzen abonnenten die er mir jetzt gegeben hat leute vielen dank für ganz einzeln auch der mich nicht abonniert hat trotzdem meine videos guckt aber vielen dank dass überhaupt auf meinen kanal gekommen bist und ein bisschen von meinen videos guckst ja vielen dank aber wer mich noch nicht abonniert hat kann mich auch gerne abonnieren ich freue mich ja ähm ich muss dir was sagen ja sag hau raus das ist jetzt wirklich traurig aber ich werde ich mach nicht ich hab mit youtube aufgeraht hast du mit youtube aufgeraht ja oh weißt warum ich hab an also ich hab meinen kanal gelöscht ja ja weil ich wollte nicht mehr youtube machen weil youtube macht mir keinen spaß mehr verstehst du oh und ja weil ja macht mir keinen spaß mehr deswegen leute ich hab mit youtube aufgeraht okay und ja ja ne ne aber leute das ist schon recht traurig leute ist das ist wirklich logisch leute 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 Ich fang natürlich nicht mit YouTube auf, aber Leute, weißt du was? Marcel und ich reichen es jetzt mit euch. So, Marcel, beend das Video, wir hören auf. Wer ist das? Na? Ja, hab's beendet. Nein, Spaß, Leute. Alles gut. Nein, Spaß. Leute, also, was ich auch nochmal anzudenken wollte, ist, Leute, wie ihr uns, also, Leute, ich find's einfach richtig toll. Wie gesagt, Grüße geht raus an Robin, später. Ich kann euch mal ein bisschen was davon erzählen, ja? Also, ich, ähm, hab heute Robin Spitaly geguckt, ähm, und ich hab mir auch mal Sardinio angeguckt mit dem Remix, und der, äh, dieser, keine Ahnung, wie der mehr heißt, dieser MC Gabler, glaub ich, hab ich mir angeguckt, der hat ein richtiges Lied. Leute, wenn ihr wollt, guckt, alle am Kanal vorbei von Robin Spitaly, er hat wirklich viele Abos, Leute, und, äh, der hat es mit uns gemacht, und, ja, Leute, wenn ihr mich auf der PC etten wollt, und, äh, ja, wenn ihr mich auf der PC etten wollt, dann, ähm, ja, gebt ein Timmy, warte, ich guck nochmal, ich weiß den nämlich nicht auswendig, gebt ein Timmy, also, T-I-M-N-I, als klein, alles klein, dann, unterstrich, zwei, O, also O klein, eins, neun, und unterstrich, und dann muss er, um das Gelenkopf kommen, halt. Ja, Leute, wenn ihr mich auf PC etten, oh, meine PC geht gleich aus, sehe ich gerade, so, jetzt nicht mehr, ähm, ja, Leute, wenn ihr mich auf PC etten wollt, ich weiß es, ich hab ein ganz einfach, ja, da steht auch nochmal, ich heiße Marcel Vogel, also, Marcel, kleingeschrieben, Marcel, Lehrstelle, Vogel, ja, so, ich hab so ein Ultra, warte, ich kann auch noch kurz eine Einblende machen, ich hab so ein Ultra, da steht so Ultra, drauf, warte, Leute, ich mach ganz kurz eine Einblende, einen Moment, ich muss gerade auch selber auf mein Profil drauf, schnicken, okay, Leute, kurze Einblende, ab jetzt. Leute, eine ganz kurze Einblende, hier, Marcel Vogel, ihr so, hier, so könnt ihr es abschreiben, das ist nur mein Name, das ist nicht auf PC, das ist auf PC, und das ist, wo ich überall drauf spiele, also, ja, minus Mafia, jetzt spiele ich auf Fortnite, auf Minecraft, auf Dauntless, ja, ich spiele, überall habe ich den Namen, ja, also, Leute, das oberste Marcel Vogel, stimmt, das ist mein PS4-Name, und hier, das ist mein Spielname, Leute. Okay, Leute, ich bin wieder da, so, Tim, was ist? Also, wir waren ja beide mal im Robben Stream, glaube ich, ne, ja? Ja, ich glaube. Und, ja, bestimmt, ja, und da war der einmal in meiner Welt, hat sich mal den Server angeguckt, hat, hat es verbessert, fand ich auch gut. Ähm, ja, ähm, ich werde Orange Peter D, falls du das Video hier sehen solltest, dann, ähm, ich helfe dich mal, weil, ich möchte dich mal als Freund haben, ich habe zwar jetzt kein Frauenheit und so, aber, naja, ähm, ich kann ja trotzdem so ein bisschen täuschen, ne, also, ist ja kein Thema, Leute. Ja. Was ich aber noch ansprechen wollte, ist, Leute, ich habe heute, äh, geguckt, halt, 1 vs 1 ging ins Snoopy Meister, auf der PS3, war das da ja noch, und, was habe ich gemacht? Ich habe einfach mal seine Arena nachgebaut, und, was habe ich gemacht? Ich habe alle Kids nachgebaut, die ja quasi geöffnet hat, und, ja, und, ich, und, ja, hat einfach ein Schwerthalt. Nein, 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 Leute, das hört ihr nicht. Alles klar, hat ein Schwerthalt. Wieso sagst du das denn jetzt? Oh, Junge. Oh, Manometer. Jetzt geht's weiter. Ja, alles klar. Ja, und wie gesagt, mach dein Maul. Mach dein Maul. Ja. Genau. Ja, Leute, auf jeden Fall, ja, wir machen über einen anderen Live-Thiel, und da reden wir immer ein paar, über YouTuber machen Reaction-Videos und so. Ja, und wir probieren, also ich probiere auf jeden Fall, jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Video raushauen, Leute. Wenn es nicht, Leute, ich heiße auf Instagram Marcel-Jan01, ja, so heiße er. alle Folgen, also, kleine, große Geschichte, das ist egal. Marcel-Jan01, ja, wird auch hier oben nochmal eingeblendet. Bäm. Ähm, ja, Leute, wenn ich, ähm, nicht in einem Tag, oder mindestens, ihr gebt mir mal zwei Tage Zeit, Leute, wenn ich dann kein Video rauskauen habe, dann dürft ihr so hart spammen, wie ihr wollt, in meinen Instagram-Nachrichten, wo ihr mir schreiben könnt, Marcel, wieso kann man heute kein Video, Marcel, wieso kann man heute kein Video, oder was anderes, Leute. Ja, wegen dann, äh, sehe ich, ihr wollt wieder ein Video haben, und dann weiß ich es auch wieder, wegen, ich vergesse schnell mal was, ja, wenn ich was anderes zu tun habe, ja, oder Videos zu provozieren bin, und dann, dass ich darauf gar nicht mehr gedenkt habe, was habe ich dann von Video gedacht, gedenkt, gedenkt, Deutsch, ist mein Baby bei mir, das Hauptwachtum, was ich noch lernen muss, ja, Leute, wenn, da habe ich dann nicht mehr dran gedacht, ja, wenn ich dann irgendwie, was anderes Video vor provozieren muss, und ich habe euch jetzt gesagt, ja, es kam ein Prank, morgen, und ich habe, in Wirklichkeit, dann morgens, Livestream gemacht, ja, weiß ich jetzt, aber kann man erst ab 1000, aber trotzdem Leute, ich habe dann Livestream angegeben, also habe ich, also mache ich, ich darf es sowieso nicht, weil ich auch noch keine 1000 Abonnenten habe, aber Beispiel, so weiß ich auch nur ein Beispiel, ich habe jetzt an einem anderen Morgen Livestream gemacht, ja, obwohl ich an dem Tag morgens ein Prank machen wollte, ja, dann dürft ihr mir gerne, und das ist der zweite Tag, dann dürft ihr mir gerne in Instagram spammen, wieso kam heute kein Video, du hast mir das versprochen, aber wenn ich gar nicht versprochen habe, schreibt ihr einfach, ja, wieso kam heute kein Video, oder eben was anderes, ja, also, wenn ihr möchtet, könnt ihr mich dann einfach darauf ding sagen, kommt vielleicht an dem Tag dann noch ein Video, ja, kommt darauf an, was ich dann gerade zu tun habe, ähm, ja, ja, was ist? Ja, wurde behoben? Ja, ich glaube ja, aber, ich wollte mal so ein Livestream starten, und, ähm, dann stand da nichts, und dann stand da einfach nur Stream starten, die möchten sie ihn benennen, ach so, hat er gar gedrückt, mhm, dann habe ich ein Film, also, dann habe ich jetzt gestartet, was passierte, ich habe einfach, ich kann jetzt gerne nochmal nachgucken für dich, ja, mach, ähm, ja, wenn das wirklich stimmt, dass es jetzt frei ist, dann kommt vielleicht heute auch noch einen geilen Livestream, Abend-Livestream, Leute, mit Tim am Telefon, ja, weil er darf bis 21 Uhr telefonieren heute, ja, stimmt das? Ich glaube, bis 21 Uhr überhaupt. Ja, ja, du darfst bis 21 Uhr, oder? Darfst du heute bis 21 Uhr? Nein. Wie viel, wie lange darfst du heute? So weißt du nicht. Ja, Leute, dann kommt vielleicht heute noch ein Livestream, solange der Tim telefonieren darf, dann kommt dann heute. Kann man das jetzt? Oder was wir auf dir hin? Ach so, sorry. Wir haben kürzlich die Mindestantwortung, für die Nutzung von YouTube Live auf Mobilgeräten erhöht. Damit du über Mobilgeräte live streamen kannst, muss dein Kanal jetzt mindestens 1.000 Abonnenten haben. Diese Mindestzahl geht nicht für andere Livestream-Tools. YouTuber mit weniger als Abonnenten sind 1.000 Abonnenten, können beibelehen über einen Computer oder eine Web-Handleite streamen. Das Problem ist, ich bin über Computer über meinen Vater angemeldet und der ist bei YouTube nicht angemeldet und ich kann mich ja nicht anmelden, ich bin über meine Mutter angemeldet und das andere Problem ist dann, ich habe keine Facecam. Leute, was ich heute sagen werde, ich werde heute einen Live-Brieb auf dem Computer machen und mal was selbst gleich am Telefon mit sein, okay? Okay, dann machen wir so, ne? Können wir auch so machen. Ja. Ja, muss so machen. Ja, Leute, vielleicht kommt heute bei Tim noch ein Live-Bring, ich bin dabei. Ja, Leute, auf jeden Fall, wir reden jetzt noch nicht mehr so lange, wir haben schon wieder 20 Minuten, soll nicht wieder so lang werden. Leute, auf jeden Fall, vielen Dank für die 60 Abonnenten, Leute. Ich sehe es auch nochmal 60 Abonnenten, Leute. Ja, vielen Dank, wirklich vielen Dank, Leute. Ihr könnt hier in die Beschreibung und eben habe ich ja hier was eingeblendet, Leute. Könnt ihr alles zwei lesen in die Beschreibung, wird es ganz leicht sein. Ja, klar kann man da nicht mal rausholen, wenn man das Video hochgeladen hat. Ja, Leute, in der Beschreibung wird mein Name natürlich wieder sein, Tims Name und was ich schreiben möchte, ja, wird dann auch noch hinzugefügt. Und Ja, was ich schreiben möchte gleich. Ja, was ich dann schreiben möchte, wird dann reingemacht, ja. Und ja, Leute, also vielen Dank für die 60 Abonnenten, Leute, noch vielen Dank, nochmal einen geilen, fetten Applaus. Ja, Leute. Der Tim klatscht auch mit, aber man hört es nicht so gut am Telefon. Ja, Leute, ja, vielen Dank für die 60 Abonnenten, wollte ich sagen. Und, ja. Wir beenden das Video, oder? Ja, wir beenden das Video jetzt. Leute, wie gesagt, schreibt noch mehr Tipps in die Kommentare, was wir vielleicht zu machen sein. Deswegen würde ich sagen, wir blabbern nicht lange rum, beenden Leute, abonnieren den Channel von Marcel und von mir. Nehmt die Glocke, damit ihr kein Video mehr von uns beiden verpasst. Und Leute, ganz kurz noch gesagt, Leute, wenn ihr Tipps habt, ich habe ja ein Experimentvideo mit dieses Ding, ja, klar, das ist immer noch nicht kaputt, ja, ich will es noch nicht kaputt machen, nur wenn ein Video, ja. Also, wenn ihr Tipps habt, ja, wie das Ding irgendwie kaputt gehen kann, ja, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare, nicht in das Video, sondern in das Experimentvideo, ja, das ich hochgeladen habe mit das hier. Experimentteil 1 war das, glaube ich, wie so heißt das oder so. Ja, dann schreibt es in dieses Video, wo ich das Experiment mit dir gemacht habe, sieben Abonnenten, sieben Experimenten, Experimente war das, glaube ich, ja, ich glaube sieben Experimente war das, glaube ich, waren das, glaube ich, ja, ich glaube, ja. Auf jeden Fall, dann schreibt es in das Video, wo ich das Experiment hier gemacht habe, schreibt es in das Video, ja, das Experiment, also ich schreibt es in das Experimentvideo, wie ich das Ding hier kaputt gehen kann, ja, Aber nichts mit Feuer oder sowas, ja? Das ist mir schon selbst klar, aber ich hab keinen Bock, nachher meine Wohnung anzuzünden, ja? Außer sehen. Deswegen, Leute, es kann alles sein. Es kann ein Messer sein, wo ich das hier probiere, kaputt sein. Es kann alles sein, ja? Aber bitte nichts irgendwie mit Feuer oder Dulder. Oder im Ofen, ich weiß in der Ofen kann er mich hier von explodieren. In das Gummi und, ja. Ja, warte kurz. Also auf jeden Fall nichts mit irgendwie mit Feuer oder was das mit Feuer zu tun hat, ja? Sonst könnt ihr alles schreiben, ja? Hörst du das? Hör mal. Ja, das höre ich. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war das Video. Aber nochmal vielen Dank für dieses Abonnenten-Kammer. Riesenapplaus. Und dann würde ich sagen, ja? Macht es gut, ich bin Maus, euer Tim. Euer Marcel. Ciao. Ach so, stopp, Leute, bevor das Video beendet ist. Ich wollte nur sagen, Leute, wenn ihr auf meinem Kanal seid, bitte abonniert mich, ja? Ich fange euch an, bitte. Leute, ich hab auch noch ein Berufsbibli drin, da heißt so ein cooles Smiley. Dann noch so ein Bett-Smiley und noch so 100 Abonnenten, dass ich vielleicht heute, 2019 noch die, ähm, aber, ähm, in 2019 noch die 100 Abonnenten schaffe. Leute, wollte ich auch schon eigentlich 2018, na? Habt ihr aber leider nicht mehr geschafft. Aber wir haben schon 60 Abonnenten, bravo. Aber ich will hoffentlich heute noch 2019, also nicht heute, aber 2019, noch die 100 Abonnenten haben. Ähm, wenn es geht auch über, das wäre nochmal super. Ähm, ja, Leute, äh, abonniert die Glocke, gebt mir auf das Video bitte ein Like. Und, ähm, ja, Leute, ich lasse mich ganz leid ein an der Party ein. Leute, gebt ein Like, Leute, und, ähm, ja, abonniert die Glocke und schaltet die Glocke an, damit ihr euch keine Videos mehr von mir verpasst. Und, Leute, ich würde sagen, Tim, du kannst noch was sagen, wenn du möchtest. Ja, Leute, ich bin raus, euer Tim. Euer Marcel. Ciao. Peace. Peace. Peace.